Das Institut für Notfallmedizin in Hamburg ist ein Trainingszentrum für medizinische Notfallsituationen. Sie können dort die Notfallversorgung von Patienten aller Altersklassen üben und trainieren. Das geht vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen und auch zur Schwangeren. Weiterhin können Sie strukturierte, standardisierte Notfallkurse bei uns besuchen und ihre Handlungskompetenz im Notfall verbessern und optimieren.